Also ein paar Ausraster hast du beim Gamen, aber du hast doch anscheinend dein Paradies gefunden und hast ein Musikvideo dazu gemacht zu deinem Song Paradise. Und weisst du wie, wenn wir uns jetzt dieses Musikvideo mal anschauen? Unbedingt, ja. Es sind alle meine Freunde drin und meine Musik. Also was will man noch mehr? Auf was sollen wir uns achten, wenn wir jetzt dieses Video anschauen? Ja, es ist einfach die ganze Band drin. Es ist uns darum gegangen, einmal zu zeigen, wie wir hinter den Kulissen funktionieren, wie wir im Studio sind, beim Proben sind. Es ist ein rechtes Blödelvideo und wir hatten einfach die Videokamera dabei, die letzten 3-4 Monate. Und einfach alles, was irgendwie doof war, haben wir in die Kamera drauf gehabt und das zusammengeschnitten. Und dann hat es manchmal qualitativ schlechte E-Clips und wieder bessere. Aber es zeigt, glaube ich, es ist recht gut, wie wir unterwegs sind. Gut, dann schauen wir das uns doch gleich noch an. Viel Spess! Fuck, dann Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020